Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Need for Speed World. Ich bin der Black Dragon, wie immer, so solltet ihr jetzt inzwischen wissen. Und ich spiele, wie letztes Mal auch, mit meinem Kumpel Fabio. Moin! Okay, du hast mir eine andere Frage geschickt, nehme ich gleich mal an. Fahr mal an. Kannst reinkommen, ne? Warte. Fabio. Gib Stoff, die Zeit. Die Zeit. Ja, warte. Nix, warte, jetzt hoch rein, Mann. Neun, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, los. Ich muss grad eben was machen. Ja. Wurde beendet, ey, Mann. Sieh zu, Alter. So. So. Oh, man, man muss gucken. Ja. Na ja. Naja... 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 Ich hab nämlich... Ich hab voll irgendwie keinen Bock im Level aufzusteigen. Aber das muss ich, sonst kann ich die ganzen Scheiß vergessen. Und das passt mich irgendwie derbes an. Ja... Scheiße, die sind Stufe 4 Bullen. Hier erwarte ich jetzt an jeder Ecke in den Rino. Alter, legt man ganz links. Schalt mal einen Gang runter. Ja, okay. Da kannst du nicht die Wertes mitnehmen. Ja, ich weiß. Nein, ich bin in zwei. Ja, toll. Nein. Hey, hey, hey. Oh, scheiße, Brino. Oh, ich hasse diese Rino. Hab ich gesagt, dass ich sie hasse? Ja, der ist öfteren. Wie du da durchbrichst, ey. Oh, das lieb ich am meisten. Ja, boah, noch ein Video. Dann sieht das total funny aus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war so klar. Ey, wette, ich bin jetzt erwischt. Wette, 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 wette. Das war so klar. Oh, toll. Na egal. Das war so klar. Das finde ich voll komisch. Normalerweise werde ich nie erwischt, wenn ich mein CW fahre. Sag mal, driftest du da lang, oder was? Nein. Eigentlich nicht. Impfstoff. Ja, klar. Das hat aber ja mal chlorpielen. Das hat jemand übergehen? Ja, klar. Sie haben geschnappt? checks. Ja. Und her. Wette, Mann, ich muss mal in meiner Power-Up-Konsole mal gucken, dass ich da Nitro mit reinbringe. Ich bin ja gar nicht hier, ey. Ich komme wirklich auf Tour. Boah, der hat gesessen. Ja. Aber erwischt würdest du nicht, oder? Nein. Ich bin ja noch direkt hinter dir. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Ich war gehörig, 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 gehörig. Ja. Boah, ich hasse die engen Kurven hier. Ja. Jetzt kommt die schärfste Kurve. Die kriege ich nie, die kriege ich nie. Ne, entweder bin ich zu früh oder zu spät. Ja, ich bin wahrscheinlich zu früh. Ja, ist klar. Ja, leck mal so. Achtung, da kommt noch ein weiterer Video, das auch wieder abgesehen hat. Ja, ich weiß. Den habe ich aber gek... Wow, wow. Locker bleiben, Leute, locker bleiben. Wir sind hier anlauf. Oha. Ja, was ist denn das? Regen die sich denn auf? Die paar Autos, die wir kaputt gemacht haben, sind nur noch Kratzer. Ja, wirklich. Können wir alles wie heile machen. Und die machen das von Drahm und Rot. Ja, ne? Fühlen sich da bestimmt auch noch, ey. Eben. Die sollen sich mal nicht so aufhören, ey. Wie gesagt, sind nur Kratzer. Da kommt ein Rino. Mir fällt gerade so auf. Da wird gleich noch ein Rino kommen. Mir fällt gerade so auf auf dem Dach. Und das Vinyl auf meinem Dach, der sitzt irgendwie nicht richtig. Der spickt so ein bisschen rechts raus. Das muss ich auch mal wieder heile machen. Aber die... Die verhalten sich manchmal echt blöde. Warum bist du links gefahren? Oh, scheiße. Ja, ich bin ja auch nicht schlecht gegangen. Ich fahre irgendwie immer links. Nein, mal rechts, manchmal links. Keine Ahnung. Ich habe die für dich aufgehoben. Oh, wie der gedürftet ist. Scheiße, ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geguckt. Wann haben wir gestartet? Mit dem letzten Teil. Wie war es denn? 15,30 oder so? Ja? Weiß ich nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Keine Ahnung. Ich habe auch irgendwie nicht auf die Uhr geguckt. Scheiße, wir haben auf so einen Brennen, glaube ich, vor Ort ziehen. Und dann machen wir nach diesem Brennen wieder einen Cut. Und dann ist es so ein bisschen in der Zwöl. Ja. Die läuft nicht. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich habe mich da gerade, als ich mich geschubst habe, habe ich mich mehrmals gedreht. Gedreht, gedreht, gedreht. So habe ich gar nicht gesehen. Dann habe ich mich wieder neu hingesetzt. Da muss ich erst wieder starten. Gas geben. Alles mögliche. Ich glaube schon, warum bist du so weit hinten gelandet? Kann aber nicht. Oh, was warst du gesagt? Da warst du keine Hilfe. Naja. Vielleicht wäre ich sonst erwischt worden. Versuchte Hilfe wahrscheinlich. Hä, hä, hä. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh, ja, ja, ja. Oh, scheiße, ich bin da oben nicht lang gefahren. Nageband entdeckt? Oh, nö. Das hört sich nicht so dran. Ach, scheiße, da sind Nagebänder. Pass auf. Wie immer, die üblichen Nagebänder. Ach so, ja. Ja, noch gut, ein Kilometer und 500 Meter. Das ist nicht mehr weit. Ne. Alter, ich komme. Bist du mir? Ja, du bist mir. Boah, die sollen mir am Sack knutschen. Verdammt, Rinos. Bei mir ist momentan keine Polizei, nix. Ich will jetzt hier keine Kürze. Ich will heute benutzen, sondern wir noch nicht. Ich will mit der Jungfrau, egal wie das Let's playen, das soll ja nicht. Wobei, da steht ja selber nur ab sechs Jahren. Ja, du behinderter Bulle. Warum tut den Bullen die Nagebänder nix? Pass auf, da stehen zwei Nagebänder, ohne Riemann, aber ohne Kennzeichen mit Bullen. Boah, leck mich doch, die nach Hause. Boah, jetzt geht kappen, du kleiner Bastard. Ja, toll, bis... Gut zerfischt? Ja, diese paar Sekunden, ich war kurz vor... Boah, leck mich doch. Okay, wir machen hier so ein... Das ist jetzt hier leider noch ein paar Schnitt. Und wir sehen uns nach dem nächsten Let's play together wieder. Ciao.